So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe. Die Aufgabe habe ich aber leider gerade schon erledigt, nachdem ich es eigentlich schon in der Runde probiert habe, nämlich sei in geduckter Haltung 10 Sekunden lang maximal 20 Meter von einem Gegner entfernt. Dazu müsst ihr definitiv im Solo- oder Team-Modus sein. Besten im Solo-Modus. Ich zeige euch das ganz schnell, weil die Aufgabe ist so simpel, wenn man weiß wie. Ich bin nämlich erst in eine Runde gegangen und habe versucht da irgendwie geduckt bei Gegnern rumzulaufen, aber ich werde es euch direkt verraten, wie das Ganze funktioniert. So, na komm. Ich dachte nämlich auch, hey, das müsste doch eigentlich auch so gehen, weil die Aufgabe hatten wir so, glaube ich, noch nie in Fortnite. Aber es ist so simpel. Vor allem, ich kann es euch schon verraten, wir müssen noch nicht einmal in die Runde rein. Ihr müsst euch einfach neben den Gegner so ducken. Und das 10 Sekunden lang. Das war's. Mehr müsst ihr nicht machen. Mehr ist es nicht. Es wird zählen. Ich habe es halt eben kurz ausprobiert, ob es zählt und schwupp, waren schon 10 Sekunden rum. Aber kurz, wie gesagt, ein eigener Sache nochmal. Ihr seht unten den Passiv-Code, gerade nur für die Neuen. Alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu. Was bedeutet, der Code ist irgendwann natürlich lösbar. Wenn du mehr erfahren willst, wie das Ganze funktioniert, einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wie das Ganze funktioniert. Und auch natürlich, wer ich bin. Und wenn ich hier schon mit der Aufgabe helfen konnte, habe ich alles richtig gemacht. Und wie gesagt, gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und für alle anderen würde ich sagen, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe.